Genial, dieser Parcours. Einfach nur affengeil. Ja, hallo Männer, ich grüße euch. Wir haben hier typisch schwedisches Wetter in der Region. Die Schweden haben jahrelang auf den Thomas Gas gewartet. Denn genau hier oben, hinter mir, wurde ein Thomas Gas Military Fremdenlegionsparcours aufgebaut. Und den werden wir gleich mal machen. Das geschieht dann ohne Worte, aber bevor es soweit ist, werde ich mich erstmal ein bisschen aufwärmen, damit ich auch richtig warm und fit bin. Mitkommen! Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, 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 oh. Fuck, das war die letzte Übung hier auf diesem Parcours, der hat mega in sich, geiles Teil, den würde ich mir gerne in den Garten reinstellen, aber was die Schweden hier drauf haben in Sachen Fitnessparcours, wow, das ist klasse, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage, ich wünsche euch ein tolles Wochenende, amit schäle Schöner, euer Thomas Gast, ho, weiter geht's, diese Richtung, wie ich zeige, Assimus Brutal, auf geht's! Bis zum nächsten Mal!